Wolli, der Eishockey-Podcast. Wolli, der Eishockey-Podcast. Wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode. Es geht endlich los. Die NHL-Playoffs stehen vor der Tür. Und Grund genug für uns, da mal genauer drauf zu schauen. Uns, das sind vor allem unsere zwei Hockey-Marshals. Hallo Ralf und hallo Marco. Hallo Helmut. Hallo. Und ihr zwei kribbelt schon. Wie schaut es aus? Ja, es wird Zeit. Ich bin Jan Verfechter von, die Saison mit 82 Spielen ist zu lang. Da ist am Ende immer die Luft raus. Deswegen freue ich mich persönlich. Dieses Jahr wird es nicht ganz so easy für mein Team. Aber generell freue ich mich. Playoff-Hockey ist definitiv das beste Hockey. Geht jetzt bald los. Wir werden auch in Deutschland oder in Europa Sonntag direkt mit zwei sehr frühen Spielen belohnt, sage ich mal. Könnt kaum besser starten, ja. Absolut. Ich finde, der Osten, der ist schon ordentlich in Playoff-Stimmung mit dem engen Playoff-Race gewesen. Ansonsten bin ich bei Ralf. So persönlich ist so kurz vorher, sobald, wenn jetzt irgendwie drei, vier, fünf Spieltage vor Schluss feststeht, wer es jetzt geschafft hat und wer nicht, dann fühlt es sich so ein bisschen an wie Freundschaftsspiele. Aber dadurch, wie gesagt, dass der Osten so unfassbar spannend bis zum bei den letzten Spieltag geblieben ist, ist man schon in Playoff-Stimmung. Denn das war ja schon Playoff-Light wäre untertrieben, würde ich sagen. Ja, bevor wir auf die einzelnen Partien eingehen zur Transparenz, wir zeichnen jetzt an einem Donnerstagabend auf. Der Westen spielt heute Nacht noch. Deswegen, da werden wir euch nachher noch eine kleine Introduction geben, was wir da genau besprechen. Bevor wir jetzt da reingehen, haben wir noch zwei Themen hier, wo wir definitiv noch drüber sprechen können, die unter anderem der Marco bei uns auch schon eingestreut hat. Wir fangen mal an mit Jeff Carter. Ja, Marco, was bedeutet Jeff Carter für dich? Und warum hast du ihn mitgebracht? Ich habe ihn mitgebracht, weil er tatsächlich aus dieser Generation, oder sagen wir mal aus der letzten Generation, die da gespielt hat, tatsächlich mein Lieblingsspieler gewesen ist. Also ich fand ihn in Philadelphia schon super, als er in Los Angeles gelandet ist, die Zeit, wo die Kings zwei Cups einfahren konnten. Das ist für mich alles ganz, ganz groß mit Jeff Carter verbunden. Und ja, es ist tatsächlich so aus dieser Generation mein Lieblingsspieler. Und klar, Zeiten gehen irgendwann mal vorbei. Aber der gute Herr hat jetzt seine Karriere beendet, was man vorher noch nicht ganz genau wusste. Es war nicht kommuniziert, aber an den Reaktionen auf dem Eis konnte man einfach sehen, dass es das jetzt gewesen ist. Ja, eine große Karriere, die zu Ende gegangen ist. Und nicht jeder hat das Glück, so verabschiedet zu werden, dass auch die gegnerische Mannschaft sich nochmal aufreiht. Und alle, die Islanders, alle kompletten Handshake, auch das Stadion der Islanders, Jeff Carter ist da von allen beklatscht worden. Das ist ja immer ein gutes Zeichen dafür, dass du wirklich eine große Karriere hingelegt hast. 1.321 Spiele mit 851 Punkten hast du seine erfolgreiche Zeit in Los Angeles schon genannt. Du hattest uns auch so ein kleines Video geschickt, wo er, ich hatte so das Gefühl, wo er so ein bisschen weggeht, wo es mir gar nicht so angenehm war, das Ganze. Aber ja, ist halt so. Ralf, wie siehst du Jeff Carter? Ja, natürlich mit ein paar oder mit etwas anderen Augen als Marco, wo Jeff Carter ja, ich sag mal, die Blüte seiner Karriere durchlebt hat und dementsprechend dem Marco viel Freude bereitet hat, war es für mich jetzt einer, ich sag mal, einer von vielen, vielen guten Spielern. Er war jetzt nie ein herausragender Spieler, war jetzt weder der absolute Goalshauer noch der absolute Vorlagengeber. Da war so eine Mischung aus beidem, deswegen, also rein statistisch gesehen, deswegen war für mich, ich finde es ein sympathischer Spieler, ein guter Spielertyp. Aber mehr kann ich persönlich jetzt auch nichts dazu sagen, aber ja, absolut verdient, wie Marco schon gesagt hat, dass er da auch von den Highlanders im letzten Spiel quasi mit Handshake-Line verabschiedet wurde. Und ja, ein bisschen schade, dass es dann auf den letzten Metern für die Playoffs nicht gereicht hätte. Hätte ich ihm nochmal gegönnt, zusammen nochmal mit Crosby, aber hat nicht sollen sein. Ja, das stimmt, um drei Punkte die Playoffs verpasst. Da muss ich nochmal rein. Natürlich, wenn man nur auf die reinen Statistiken guckt, hat der Ralf natürlich recht, aber ich möchte sagen, dass der gute Herr auch Olympia Gold gewonnen hat in Sochi. und zum Beispiel auch bei dem World Cup of Hockey fürs Team Kanada gespielt hat, da habe ich nämlich das Trikot auch zu Hause. Also auch da, wo wirklich die Besten der Besten verfügbar gewesen ist, hat der gute Herr im Kader von Team Kanada gestanden. Also deswegen, wir wissen ja, Statistik ist nicht immer alles. Er ist natürlich nicht der absolute Goal-Getter gewesen, aber für Kings-Verhältnisse war er ganz vorne dabei, ja. Ja, aber trotzdem statistisch mäßig relativ balanced, würde ich sagen. Wie gesagt, 442 Toren, 409 Assists in der besten Liga der Welt. Und dass wir da so ein bisschen Gefühlloch bekommen, 39 Jahre ist er alt und 2003 gedraftet worden, 11th overall von Philadelphia. Große Karriere, hätte ihm auch nochmal die Playoffs gegönnt. Wie gesagt, es sind da knapp dran gescheitert, die Penguins, ja. Geile Karriere auf jeden Fall. Ja, kann man so machen. Kann man so machen, kann man so mitnehmen, genau. Das zweite Thema, und das ist tatsächlich etwas omnipräsenter, Arizona Coyotes hatten letzte Nacht ihr letztes Spiel. Und als ich diese Szenen gesehen habe, das ging mir schon nah, obwohl ich jetzt gar nichts mit den Coyotes zu tun habe. Trotzdem, man hat viele Leute in dem kleinen Stadion gesehen, die auch wirklich den Tränen nah waren oder auch schon geweint haben. Das Team war nochmal in der Mitte, hat sich mehr oder weniger verabschiedet. Und jetzt habe ich es tatsächlich nur so ein bisschen am Rande mitbekommen. Arizona hat vor, ich weiß gar nicht, vor über einem Monat hat man die ersten Bilder gesehen von einer neuen Arena. Jetzt ist man in Verhandlungen mit Salt Lake City für einen Umzug. Ralf, du weißt ja mehr. Ja, erstmal grundsätzlich muss ich sagen, es ist schade und da muss ich mich selber ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich hatte den Podcast mit Frank aufgenommen zu Colorado. Da war das mit den Hockey-Marshalls, kommt zu Bulli noch alles gar nicht spruchreif, beziehungsweise überhaupt gar nicht in Planung. Da war ich einfach so zu Gast. Und da habe ich tatsächlich nur über Arizona gesagt, weil wir über Relocations gesprochen haben. Ja, das ist das eigentlich alles, ja, man muss da eigentlich mal was machen, weil du kriegst die Halle da nicht wirklich voll und die ist schon nur 5000 Mann groß und dann hast du da Gäste, Fans, die die Halle überlagern und so. Aber wenn man dann doch jetzt gesehen hat, wenn es jetzt dann doch soweit ist und dann sieht man ja auch erstmal, wie viele Menschen an so einer Franchise hängen, also ob es jetzt, Spieler ist klar, auch Trainerteam und die ganzen Equipment-Manager etc. pp. Ja, war das von mir vielleicht ein bisschen salopp gesagt, sodass man das vielleicht irgendwie beenden sollte, weil wenn man es dann doch sieht, tut es dann doch eigentlich schon weh. Marco und ich haben, wir hatten nur fünf Jahre ein Profi-Eishockey-Team in Oberhausen und das tat schon verdammt weh. Die gab es jetzt gut 30 Jahre, da kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie das für die Leute da vor Ort ist. Aber Fakt ist, die hatten jetzt ihr letztes Spiel gegen die Eulers, haben danach dann auch Fotos auf dem Eis gemacht und es gibt da ein paar Fotos, wie eine Cheerleaderin, die eine Fahne weht und da laufen die Tränen rum. Und das Broadcast-Team hat ein paar Storys erzählt und dann merkt man erstmal, wie viel dann doch irgendwie an so einer Franchise hängt. Ja, aber Fakt ist, die Arizona Coyotes wird es in der Form wohl nicht mehr geben. Die gehen halt nach Utah-Short Lake City. Ob es jetzt Utah oder Salt Lake City wird, also im Namen, das werden wir alles noch erfahren. Aber selbst den Abschied haben sie nicht ganz ohne Fas hinbekommen, sage ich, weil das war das, was ich halt gesagt habe. Die Franchise der Owner oder die Ownership etc., die haben halt ziemlich viel Bockmist gebaut. Und das haben sie jetzt bis zum Schluss hingemacht. Also der Owner der Coyotes war am letzten Spiel nicht mal in der Halle, war zu lesen. Also ich weiß, ich kenne ihn nicht persönlich, vielleicht war irgendwo, aber zu lesen von mehreren Leuten war, dass der Owner der Coyotes am letzten Spiel nicht da war. Und ja, die Coyotes haben noch einen Tweet abgesetzt. Das war wohl so ein Schedule-Tweet, dass sie sich dann am 27. wieder sehen. Da sollte nämlich dann wohl die Verhandlung, beziehungsweise, wohl haben die ja vorgehabt, Land zu kaufen, wo sie dann die neue Halle drauf bauen wollen. Dieses Ganze, was da schon geplant war. Und dann haben sie halt gestern irgendwie so einen Tweet abgesetzt mit, ja, wir sehen uns am 27. Das war wohl so ein voreingestellter Tweet und den konnten sie so schnell nicht löschen. Da war die Internetgemeinde schon wieder drüber. Und das sind halt alles so ein paar Sachen, die wirklich unprofessionell daherkommen. So sehr das dann auch leidtut für die Leute, die da dranhängen, hat man mit so einem Owner halt auch einfach keine großen Chancen. Und deswegen glaube ich, dass die Franchise jetzt besser dran sein wird. Fakt ist aber auch, dass, da kann der Marco sicherlich auch noch was zu sagen, dass Arizona nicht für immer wegbleiben wird. Also die werden wohl relativ schnell wieder zurückkommen, weil die NHL plant, wir haben jetzt aktuell 32 Teams auf kurz oder lang auf 34 oder man hört sogar 36 Teams aufstocken möchte. und da hat Arizona dann in wenigen Jahren mehr oder weniger ein, wie sagt man, ein Vorkaufsrecht, um sich eine Franchise zurückzuholen. Ja, also so war es zu lesen. Und ansonsten kann ich mich dem Ralf nur anschließen, hin und wieder so ein bisschen chaotisch. Ich meine, auch das kennen wir aus unserer Oberhausener Zeit, dass das manchmal so läuft. Ich war selber 2016 noch in der Gila River Arena, als sie noch in Glendale gespielt haben und eine NHL-taugliche Halle hatten, die es ja immer noch gibt, aus der sie, wo sie sich mit den Betreibern, auch wieder so ein Kapitel, wo man sich einfach gar nicht mehr auf den Hallenvertrag einigen konnte und so weiter und so fort. Seitdem hatte ich allerdings ein kleines Herz für die Coyotes. Und von daher, wenn man da einmal vor Ort war, ich sage mal, das Ganze auch am eigenen Körper mal gespürt hat, wie das so abgeht, das ist schon schade. Also wie gesagt, mir werden die Coyotes fehlen. Salt Lake City, Utah wird eine junge, hungrige Mannschaft bekommen. Die waren dieses Jahr echt auf einem guten Weg. Wenn da weiter sich entwickelt wird und dann vielleicht sogar noch mit einem guten Management, dann ist mit dieser Franchise, wie immer sie in Zukunft heißen wird, auch wieder zu rechnen. Mir tun einfach nur extrem die Fans leid, genau das, was der Ralf gesagt hatte. Wenn man das selber schon mal mitgemacht hat und dann diese Gesichter sieht, dann sieht man sich selber wieder bei irgendeiner Mahnwache stehen und irgendwie hoffen, dass es irgendwie weitergeht. Und ja, da kommen einfach so eigene Erinnerungen mit hoch. Und deswegen fand ich das schon hart anzugucken. Und ich möchte es mir jetzt auch nicht noch mehrmals anschauen, weil, wie gesagt, ich ganz genau weiß, dass ich da mitleide. Wo du die alte Halle ansprichst, auch so eine Sache, habe ich heute Morgen dann den Tweet gesehen. Da hat wohl ein junger Mann, Shane Doan, eine nicht so ganz unbekannte oder unwichtige Figur in der Franchise der Coyotes, den Banner, der unter das Hallendach gezogen wurde, übergeben. Den hat man einfach vergessen. Dann hat der junge Mann den Banner wohl aus der alten Halle bekommen und hat ihn Shane Doan dann nach dem Spiel, glaube ich war es, oder vor dem Spiel, letzte Nacht dann übergeben. Also seine Trikotnummer, die unter das Dach gezogen wurde, wurde einfach in der alten Halle hängen gelassen, vergessen, wie auch immer. Und der hat ihm die dann persönlich überreicht, hat dann ein Foto mit ihm gemacht. Und ja, das an sich ist auch schon wieder eine sehr wilde, wilde Sache. Aber um es abzuschließen, so leid mir das Ganze tut und mit so einem Ownership ist halt einfach nicht viel zu holen. Und dann ist es leider, muss man fast sagen, ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. So leid es, wie gesagt, um es nochmal zu betonen, so leid mir das für alle Beteiligten tut. Ja, kann ich mich nur anschließen. Das sind keine schönen Bilder, die man da sieht. Ich verbinde eigentlich auch noch Positives mit den Coyotes. Da haben wir es mal ein erstes NHL-Spiel in Jersey gesehen. Und da haben sie gegen die Coyotes eben gespielt. Und da waren auch viele Fans da mit dem Logo. Und ich finde das Logo, das Alte, was jetzt wieder neu war und auch das, was sie dazwischendurch hatten, eigentlich ein relativ cooles Logo. Sehr catchy, hat halt auch auf den Caps und überall gut ausgesehen. Aber klar, wie ihr schon gesagt habt, also um die Menschen, um die Fans, das tat auch so weh, wie man das gesehen hat. Wir werden es natürlich weiter anschauen, wo es da hingeht. Und ihr werdet es dann auch bei uns dann hören, wenn das Ganze spruchreif ist. Und wenn Salt Lake City oder Utah, je nachdem, dann das Ganze abgeschlossen hat und das Team dann hat, werden wir sicherlich dann nochmal drüber reden. So, jetzt kommen wir in Playoff-Stimmung. Denn die Partien sind bis auf zwei schon angesetzt, terminiert. Und da würden wir mal mit dem Osten starten. Und ich würde sagen, dadurch, dass die New York Rangers die Residence Trophy gewonnen haben, fangen wir mit der Partie an. Rangers gegen Capitals. Wir werden sie zur Hand haben, wir werden ein paar Sätze über die Serie, über die Teams verlieren und dann auch noch unsere Einschätzungen geben. Unsere HörerInnen bei Bulli wissen, wenn wir, also wir jetzt Einschätzungen geben, könnt ihr euch da definitiv nicht drauf verlassen. Deswegen hoffe ich, dass mit eurer Expertise das sich dann auch ändern wird. Rangers gegen Caps. Let's go. Ja, wir haben hier mit den New York Rangers den Sieger der President's Trophy. President's Trophy quasi führt das Team mit den meisten Punkten in der Regular Season. gegen die Washington Capitals, die sich aber sowas von auf den letzten Metern gerettet haben. Auf völlig abstruse Art und Weise. Da würde ich gerne nochmal kurz auf eingehen, weil das war ja komplett wild, was wir da gesehen haben. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Aber die Washington Capitals haben quasi bei den, ich versuche es jetzt einigermaßen einfach und kurz zu machen, haben bei den Flyers gespielt. Die waren zwei Punkte dahinter. Parallel hat Detroit, die waren punktgleich mit Washington, in Montreal gespielt. Pittsburgh lassen wir mal außen vor. Die hatten sowieso eine Nacht später erst die Möglichkeit einzugreifen. Da war es dann schon vorbei. Washington hätte in regulärer Spielzeit gegen Philadelphia hätte gegen Washington in regulärer Spielzeit gewinnen müssen, während Detroit auch in regulärer Spielzeit hätte verlieren müssen. So, dann stand Washington gegen Philadelphia 1-1. Und in dem Moment, wo das Spiel langsam in Richtung Ende ging, hat Detroit in Montreal den Ausgleich gemacht. Fünf Sekunden, drei Sekunden, fünf Sekunden, irgendwie so vor Schluss. Und ist somit in Overtime gekommen. Hatte somit so viele Punkte, dass Philadelphia sich auf den Kopf hätte stellen können, die hätten die nicht mehr eingeholt. Und John Tortorella, seines Zeichens Coach der Philadelphia Flyers, wusste das aber nicht. Hat bei Stand von 1-1 den Torwart rausgenommen, weil sie auf Sieg gehen mussten, was ja auch vollkommen richtig ist. Nur in dem Moment, wo Detroit quasi einen Punkt geholt hat, war das auch vollkommen wurscht. Er nimmt trotzdem den Goalie raus. Washington macht dann das 2-1. Hat somit in der regulären Spielzeit gewonnen und ist somit in den Playoffs. Und Detroit, die quasi alles richtig gemacht haben, die haben auch in Montreal nach Verlängerung gewonnen, hätten die Playoffs erreicht, wenn Tortorella den Goalie vielleicht nicht rausgenommen hätte. Hätte, hätte Fahrradkette. Es ist so gelaufen. Das war für mich eines der wildesten Enden einer regulären Saison. Wie Marco schon Anfang sagte, das war eigentlich schon Playoff-Light, wenn nicht gar Playoff-Hockey. Ja, Fakt ist, spielt jetzt die Neural Granders, die wirklich eine sehr, sehr starke Saison gespielt haben gegen die Washington Capitals, die mit einem Minus-Tor-Verhältnis in die Playoffs gerutscht sind mit Ach und Krach. Ja, da können wir eigentlich groß, brauchen wir gar nicht viel darüber reden. Das sollte aus meiner Sicht eine relativ klare Nummer werden. Würde ich mich anschließen. Zumal überraschenderweise der Trend, okay, die letzten drei Spiele haben die Caps gewonnen, aber die letzten zehn Spiele waren es insgesamt auch nur vier Spiele, die die Caps gewonnen haben. Die Rangers weiterhin mit einem starken Lauf von sieben Siegen, drei Niederlagen in den letzten zehn Spielen. Das ist ein Brett, was die Caps zu borne haben. Und die haben vor allen Dingen auch zur Trade-Deadline eher Leute abgegeben. Also da sah es ja so aus, als würden sie selber gar nicht dran glauben. Und dann so ein spannendes Abschluss-Duell. Duell ist auch falsch, wenn so viele daran beteiligt sind. Das waren ja zwischenzeitlich fünf Mannschaften. Aber ja, sich da durchgesetzt ist natürlich auch immer gefährlich, wenn du mit so einem Erfolgserlebnis so eben in die Playoffs reinrutschst. Du bist schon total auf Betriebstemperatur. Jetzt ist der Vorteil der Rangers diesmal, anders als vor ein paar Jahren bei Tampa Bay, dass auch die Presidents-Trophy eng war und dass das natürlich auch nochmal so ein, ich sag mal, Prestigeding ist, das Ding zu gewinnen. Die sind auch im Wettkampfmodus geblieben. Sind jetzt nicht in so einem, ja, uns kann seit zehn Spielen schon gar keiner mehr einholen. Alles toll. Deswegen glaube ich, dass auch die Rangers aktuell auf Betriebstemperatur sind und tippe hier auch ein klares Ergebnis für die Rangers. Ja, dann gehen wir doch mal direkt ins Tipp in der Serie. Wie viele Spiele gibt ihr denn Washington? Also wie gesagt, ich habe gesagt, das sollte eine klare Nummer werden. Ich behaupte, das Ganze geht hier nicht über fünf Spiele. Also ich sag mal, 4-1 für die Rangers sollte das Maximum sein. Da würde ich mich komplett anschließen. Okay, dass ich ein bisschen was anderes sage, ich bin natürlich auch für die Rangers. Das ist ja mein zweites Team, ich sag mal, in sechs Spielen. Für mich ist das auch eine relativ klare Geschichte. Frage noch zu den Rangers. Hättet ihr vor der Saison gedacht, dass die so aufspielen? Ich ja. Ich glaube, der Ralf war, glaube ich, vor der Saison. Ich erinnere mich, ich glaube, wir haben darüber gesprochen. Und ich meine, der Ralf hat das nicht kommen sehen. Eine super talentierte Mannschaft mit den richtigen Baustellen und auch vor allem den Wenberg zur Trade-Deadline. Ich finde die Bock stark. Und die haben die richtigen Führungsspieler. Die haben ein unglaublich gutes Torwart-Duo mittlerweile. Also ich glaube, Jonathan Quick ist mit sogar einer anderen Erwartungshaltung geholt worden. Und hat dann tatsächlich teilweise, ja, die Starter-Rolle zwischendurch sogar übernommen. Und man kann, wie gesagt, durch die Bank weg, ist da keine Schwachstelle auszumachen. Und deswegen, ich habe das schon so kommen sehen. Aber Ralf, liege ich da falsch? Hast du das am Anfang der Saison auch so gesehen? Nee, tatsächlich nicht. Das hast du richtig in Erinnerung. Ich dachte nicht, dass die Rangers so gut spielen, dass sie jetzt tatsächlich punktbestes Team werden. Hatte ich sowieso nicht auf der Karte. Aber die haben schon wirklich solide gespielt. Die haben, da ist halt auch nichts groß, wo ich sagen würde, das ist eine absolute Schwachstelle. Sie haben halt mit Panarin jemanden, der eine Riesensaison hinlegt. Aber auch dahinter sind halt viele, viele gute Spieler. Trocek, Zubanejet oder wie sie alle heißen mögen. Verteidigung ist gut aufgestellt. Torwart-Duo, hattest du schon gesagt. Aber Powerplay und Penalty-Killing ist stark. Also eigentlich sind sie ein sehr, sehr komplettes Team, würde ich fast sagen. Mal schauen, wie es dann weitergeht. Aber jetzt in der ersten Runde, da müsste schon wirklich einiges passieren, dass da irgendwie was in Gefahr kommt. Also die haben mich überrascht. Ja, ihr habt schon ein paar der Top-Spieler genannt. Ich würde noch Alexis Lafreniere nehmen. First-Over-Pick-Former, der seine stärkste Saison jetzt gespielt hat mit 57 Punkten. Ich sehe es so wie ihr. Das ist ein sehr, sehr gut balanciertes Team, finde ich. Es schaut auch sehr gut aus, was sie machen. Letzte Frage zu den Rangers noch. Matt Rampey, wie steht ihr zu so einem Spielertyp? Ah, schwierig. Ich habe das Outdoor-Spiel gesehen und dann habe ich tatsächlich einen Screenshot in die Gruppe gestellt. Der hatte irgendwie eine Sekunde gespielt und fünf Strafminuten, weil er sich halt vom Bully weggeprügelt hat. Und dann hat das, das habe ich auch kritisiert, dann hat das so einen Lauf genommen. Man hat es ja quasi, mit wem prügelt er sich heute? Wie macht er es heute? Mit wem? Und ich hatte dann das Gefühl, ich kann mich auch komplett täuschen, aber dass er es auch für sich irgendwie, er musste es machen. Ich glaube, er stand selber unter Druck, zu zeigen, jetzt nehme ich es mit dem auf, jetzt nehme ich es mit dem auf. Und da habe ich auch damals gesagt, eigentlich müsste man den Jungen entweder mal ein Spiel auf die Bank setzen, um zu sagen, ey, ne, mal ruhig machen oder den halt auch mal vielleicht in die AHL schicken. Weil der hatte, glaube ich, in den, ich müsste jetzt, ich habe jetzt die Frage, haben mich jetzt nicht mit gerechnet, wie er ich bin, ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, aber der hat, glaube ich, in den ersten vier oder fünf Spielen immer sich geprügelt. Der ist ein junger Typ. Wir wissen alle, wie das Ganze mit den, ja, Gehirnschäden, kann man ja wirklich sagen. Wir wissen ja, wie viele alte Haudegen und Fighter mittlerweile nicht mehr unter uns weilen. Da habe ich gesagt, das ist ein absolut falsches Signal. Ich bin absolut niemand, der sagt, Fighting gehört aus der NHL oder aus dem Hockeyverband. Das gehört dazu, aber doch nicht in so einem Alter, in den ersten fünf Spielen, fünfmal sich prügeln müssen und du das Gefühl hast, dass der nur deswegen aufs Eis geschickt wird. Ja, 17 Spiele gespielt, hat 71 Penalty Minutes bei einer durchschnittlichen Eiszeit von 5,37. Ich bin persönlich auch, ich bin generell kein Fan von Fighting. Ich habe den Fight in Toronto gesehen gegen Reeves. Ja, weiß ich nicht. Ich bin da, ich bin wie gesagt kein Fan. Marco, bist du Fan von Fighting oder auch von der bisherigen Karriere des 21-Jährigen? Also jeder, der es bis in die NHL schafft, ist da mit Sicherheit zu Recht. Aber ich sehe es wie Ralf. Also ich will das nicht komplett verteufeln. Aber wenn es nur noch so ein Mittel zum Zweck wird, weil, also ich, Fighting, um, ich sage mal, schwere Verletzungen zu, so verrückt, wie sich das anhört, ist ja eigentlich so, deine Aktion kann für eine Reaktion sorgen. Ich checke jemanden hart, ich muss damit rechnen, dass es Konsequenzen hat. Aber wenn sich einer regelmäßig, und das ist öfters passiert, quasi verabredet kloppt, dann geht es auch nicht darum, dass vorher irgendwie ein Spieler irgendeine falsche Aktion gemacht hat, sondern es ist nur noch ein Mittel zum Zweck. Da kann man natürlich sagen, auch die Stimmen wird es geben. Na gut, der Junge verschafft sich halt Respekt. Ich sage, das ist jetzt allerdings auch keine Riesenkunst, wenn ich einen Kopf größer bin als fast alle anderen. Das ist so ein bisschen Schulhof-Bulli-mäßig für mich. Und das ist nicht, also ich befürchte auch, dass für so einen Spieler in den Playoffs einfach kein Platz ist. Ja, jetzt spielen sie gegen den Wilson und seine Capitals. Ich glaube aber, dass der Mr. Wilson da tatsächlich ein bisschen schlauer unterwegs ist. Und wenn so ein Rampi in dem Kader steht, man den auch ziemlich gut dafür sorgen kann, dass er vielleicht sein eigenes Team schwächt. Also ich bin gespannt, ob er spielen wird. Ich sehe ihn jetzt tatsächlich bei den verfügbaren Spielern in einem Playoff-Spiel tatsächlich nicht auf dem Eis. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ich bin auch kein NHL-Trainer. Ja, und damit will man jetzt die Serie auch erstmal beschließen. Wir gehen weiter in der Metropolitan Carolina Hurricanes gegen die New York Islanders. Was gibt es da so für Storys? Ja, wir haben hier einmal das Team mit dem besten Rekord der letzten zehn Spiele, die New York Islanders. Die waren auch mal eine Zeit lang, hätte keiner mehr in Pfifferling auf die gesetzt. Und dann haben die jetzt auch einen harten Schlussspurt hingelegt, haben sich aus diesem Rennen abgesetzt. Bei denen saß dann schon ein bisschen früher. Die mussten nicht bis zum letzten Spieltag warten. Ja, Patrick Rahr ist natürlich eine Legende in der NHL. Jetzt zumindest auch zeigt er in seinem zweiten Trainerjob, dass er auch Erfolg haben kann. Ob er den diesmal langfristig haben kann, das bleibt jetzt natürlich abzuwarten. Aber er hat da ein Team aufs Eis bekommen, was sehr unangenehm ist. Und auch wenn Carolina auch einen guten Rekord hat, nämlich ähnlich wie die Rangers mit 7-3, bin ich mir hier tatsächlich gar nicht so sicher, wie die Serie ausgeht. Wenn du mich das vor 20 Spielen gefragt hättest, gesagt hättest, die Islanders kommen in die Playoffs und müssen gegen Carolina spielen, hätte ich gesagt, oh, das Out zwischen vier und fünf Spielen ist nicht viel zu holen für die Islanders. Jetzt gerade haben die sich als sehr, sehr unangenehmes Team präsentiert. Das wird eine enge Kiste. Ja, auch da, es könnte auf Dauer ein bisschen langweilig sein, wenn wir uns hier gegenseitig immer sagen, sage, sehe ich genauso, sehe ich genauso, aber sehe ich genauso. Die Islanders, muss man dazu sagen, wir hatten vorhin das Thema Philadelphia, ich verwechse immer Washington, Philadelphia heute. Washington hat sich mit Ach und Krach in die Playoffs gerettet. Und wenn es nicht in der Metropolitan mit Washington, Pittsburgh, Philadelphia drei Teams gegeben hätte, die so ein bisschen schwach an die Playoffs rangegangen sind, wären die Islanders auch nicht mit 94 Punkten Ritter geworden. Die sind nämlich, ja, wie gesagt, mit 94 Punkten. Damit wäre man in anderen Divisions jetzt nicht unbedingt unter die Top 3, geschweige denn Top 4 gekommen. Da hat es in der Metropolitan gereicht. Das ist zu verdanken einem guten Endspurt. Und ja, der Trainerwechsel, wie du schon gesagt hast, Patrick Roy, der war vor mittlerweile gut, ja doch vor zehn Jahren, hat er mal bei Colorado angefangen für ein paar Jährchen, ist dann gegangen, kurz vor Saisonbeginn. Er ist ein guter Coach, er kann, glaube ich, motivieren wie kein Zweiter. Ich glaube, das hat dem Team gut getan. Treffen jetzt auf die Carolina Hurricanes, die irgendwie seit Jahren immer extrem super besetzt sind, extrem geile Regular Season spielen, aber dann immer mit Verlektungspech, vor allem auf der Torwartposition echt zu kämpfen haben. Muss man mal schauen, ob es dieses Jahr für den großen Wurf reicht. Ich habe es gerade schon in der Serie angesprochen. Wir haben hier bei den Carolina Hurricanes das zweitbeste Powerplay und das beste Penalty Killing in der gesamten NHL. Das heißt, Special Teams laufen. Hat man in den Playoffs natürlich für gewöhnlich nicht so oft. Aber wenn man dann solche Werte hat, dann ist man da auch mehr oder weniger gesichert. Das wird ein hartes Stück Arbeit für die Islanders. Aber das wird auf jeden Fall eine sehr gute Serie. Also die wird, glaube ich, nicht besonders turbulent. Aber ich glaube, wer so auf taktisch geprägtes Eishockey steht, glaube ich, könnte hier so seine Freude bekommen. Ein Trade, der, wenn wir jetzt auf die Hurricanes gucken, der so ein bisschen auch für Schlagzeilen gesorgt hat, Jake Günzel von den Pittsburgh Penguins hingetradet, hat jetzt in 17 Spielen in Carolina 25 Punkte erzielt. Ich kann mich noch erinnern, als dieser Trade publik wurde, dass man da auch einen gewissen Herrn Sidney Grosby gefragt hat, der von der ganzen Geschichte nicht so ganz begeistert war. Trotzdem jetzt mal die Frage an euch. War ich für die Hurricanes perfekter Fit, Jake Günzel? Also abgesehen von der Punktemaschine jetzt hier? Ja, also ich denke, du sagst jetzt abgesehen von den Punkten, aber wenn man auf die Punkte natürlich guckt, scheint es ein perfekter Fit zu sein. Du hast gerade Sidney Grosby schon angesprochen. Ein geschätzter Mannschaftskollege da gewesen. Also scheint charakterlich vorne mit dabei zu sein. Hat sich schnell und gut auf sein neues Team eingestellt, die sowieso schon sehr offensiv stark sind. Ja, bei manchen Teams frage ich mich immer, wie die das mit den Capspace machen oder ob Los Angeles da so unfassbar schlecht ist, weil ich immer das Gefühl habe, alle anderen können irgendwie noch immer nachlegen und man denkt so, hey, die haben doch schon den und den und den. Wie haben die das denn gemacht? Aber es funktioniert. Und ja, das wird wahrscheinlich in den Playoffs so weiterlaufen, dass das eine Erfolgsgeschichte bleibt. Denn, um jetzt auf gerade mein enges Ding, du willst ja bestimmt gleich wissen, was ich tippe. Enge Serie, ja. Ich sage sieben Spiele. Ach so, ich mache einfach, ne? Sieben Spiele, aber für Carolina. Ja. Klingt nicht so verkehrt. Ich wünsche es tatsächlich, ich mag die Islanders. Ich mochte die eigentlich schon immer. Auch so ein Team, was die letzten 30 Jahre irgendwie nicht viel auf die Reihe gekriegt hat und viel Mist erlebt hat. Ich glaube nicht, dass sie weiterkommen. Ich muss tatsächlich sogar sagen, dass ich glaube, dass Carolina das hier in sechs Spielen macht. Aber ich persönlich hoffe einfach, dass die Islanders ein bisschen dagegen halten und dass es eine gute Serie wird. Das ist das, was ich mir von der Serie erhoffe. Also sechs Spiele. Ja. Ja. Ist jetzt auch langweilig, wenn ich jetzt auch wieder das Gleiche sage wie ihr, aber ich sehe es ähnlich. Jake Günzler habe ich deswegen rausgehoben, weil ich seine Spielweise richtig cool finde. Er ist einfach ein guter Fit gewesen. Deswegen hatte ich es auch jetzt abgesehen von den Punkten jetzt mal angesprochen, weil ich finde, dass er da sehr gut reinpasst. Ich gehe auch mit Carolina und sage auch in sieben. Also maximales Playoff-Hockey, was wir da sehen. Und damit ist die Metropolitan abgeschlossen und wir gehen, ich habe schon Angst davor, jetzt in die Atlantic, aber wir sprechen jetzt erstmal über Florida Panthers gegen Tampa Bay Lightning. Das hört sich ja schon nach richtig krassen Eishockey an. Ja, das Battle of Florida quasi, den hatten wir schon mal vor ein paar Jahren. Da war Tampa noch das Nonplusultra. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Jetzt hat man halt mit Florida quasi den, ich sage mal, Favoriten, würde ich sagen. Die haben schon eine sehr gute Saison gespielt. 110 Punkte. Ein Punkt vor den Boston Bruins nur gelandet durch ein, ja, auch am letzten Spiel Sieg und Boston hat gleichzeitig verloren. Es sah lange Zeit so aus, als würde Boston die Division gewinnen. Jetzt hat es Florida gemacht. Die letzten vier Spiele gewonnen, haben also einen guten Lauf gehabt oder einen guten Schlussspurt gehabt. Herr Tampa Bay ist für mich so ein klein bisschen eine Wundertüte. Ich kenne sie ja logischerweise aus dem Cup-Finale von vor zwei Jahren. Die Top-Leute haben sie behalten, ob es jetzt der Goalies mit Wasilewski oder vorne die Stars. Kutscherow hat eine unfassbare Saison gespielt. Der gute Mann hat 144 Punkte gemacht. Das sind Werte, die haben eigentlich bisher oder in unserer Generation, nenne ich es mal, maximal McDavid und manchmal Dreiseitel hingelegt. Bei 100 Assists, ne? 100 Assists, genau. Lustigerweise, 100 Assists, das ist ein Wert, den hat man in der NHL seit zwei Tagen nicht mehr erlebt. Das klingt jetzt ein bisschen lustig, weil McDavid hat es zwei Tage vorher geschafft, aber davor waren es etliche Jahre, wo das keiner mehr geschafft hat. Generell, er ist, glaube ich, der fünfte Spieler in der gesamten Historie, der das erreicht hat. 100 Assists im letzten Spiel hat er das gemacht. Ja, überragende Saison. Dann hast du halt immer noch Leute wie Braden Point, Stephen Samkos, hinten Victor Hedman und du hast halt immer noch ein gutes Team. Gleichzeitig hast du auf der anderen Seite halt auch deine guten Spieler. Ich möchte jetzt mal Sam Reinhardt etwas hervorheben, der sein Career Year spielt. Der gute Mann hat 27 Mal den Powerplay genetzt. Das ist auch kein völlig normaler Wert. Ich behaupte, Florida ist, wie ich es auch schon gesagt habe, ist hier der Favorit. Tampa Bay ist gut aufgestellt, aber ich glaube, so langsam, was auch vollkommen normal ist, nachdem man drei Jahre im Cup-Finale war, wobei man dann auch zweimal gewonnen hat, geht der Core, also dem Gerüst der Truppe, irgendwann die Luft aus. Und ich glaube, da wird Florida relativ, ja nicht kurz einen Prozess machen, aber die werden es machen. Ich möchte nur noch mal sagen, 144 Punkte. Tampa Bay hat 291 Tore geschossen in der letzten Saison. Also der war wirklich auf den Kopf ganz knapp drunter an 50 Prozent aller Tampa Tore beteiligt. Fast 50 Prozent. Also das musst du dir erst mal wegtun. Das ist natürlich schon irre. Im Osten gibt es allerdings kein Team mit einer besseren Verteidigung als Florida. Ja, ich sage jetzt mal böse ausgedrückt, Tampa Bay vielleicht leichter auszurechnen als in der Vergangenheit. Florida insgesamt tiefer besetzt und ich finde es sogar auch deutlich tiefer besetzt. Ja, wir sind wieder jetzt bei dieser Langeweile. Ich stimme dem Ralf zu. Ich glaube, da gibt es einen kurzen Prozess und der könnte noch kürzer sein. Es wird kein Sweep, aber es ist, Florida wird da unterm Strich die Nase vorn haben. Interessant finde ich übrigens die Causa Matthew Kitschak, weil ich immer noch an den Trade zurückdenke. Calgary-Houbadou abgegeben, Kitschak dafür nach ... Ich habe die tatsächlich gleich stark gesehen. Im Nachhinein muss man sagen, dass diesen Trade Florida gewonnen hat. Also ich finde es ... Ich mochte ihn in Calgary nicht, da hat er öfters gegen mein Team gespielt, aber doch ein absoluter Leader. Ist echt in Papas Fußstapfen getreten und bringt die ganze Franchise nach vorn und drückt dem Spiel seinen Stempel auf. Und dann natürlich Sam Reinhardt. Das sind natürlich die beiden herausragenden. Aber einfach gutes Team, auch von vorne bis hinten. Ähnlich wie bei den Rangers. Ich sehe keine Schwachstelle. Was Ralf gesagt hat, Tampa Bay, ja, die haben ihre Erfolge gehabt, sind aber auch etwas in die Jahre gekommen. Ich weiß nicht, ob das Feuer da noch so ist, um mit so einem Team wie den Florida Panthers mitzuhalten. Dann eure Tipps. Beide Florida in wie viel Spiel? Florida in sechs. Dann sage ich in fünf. Seht ihr mal, dass man so ein bisschen Würze reinkommt. Ich gehe mit Tampa Bay. Ist das alles richtig, was ihr sagt? Oh. Wenn da tatsächlich, ich habe mir diesen Kader durchgeschaut, wenn man die Statistik-Lieder anschaut mit Couture of Points, Stempkos, Glaf Reuter hat auch drei Spieler an der Spitze der Statistik, die mehr Punkte haben als Spiele. Ich glaube tatsächlich, dass die ersten Spiele sehr entscheidend werden. Je länger die Serie dauert, glaube ich, dass sich die Erfahrung so ein bisschen durchsetzt bei Tampa. Aber es kann tatsächlich auch schnell gehen. Ich gehe jetzt mal davon aus, wie gesagt, die Serie dauert ein bisschen und ich sage Tampa Bay in sieben. Dass man so ein bisschen Abwechslung hier reinkommt. Ja, das soll ja nicht langweilig werden. Aber eine Sache möchte ich nur einwerfen, weil der fliegt tatsächlich unter dem Radar, zumindest bei mir. Gustav Forsling, seines Zeichen Verteidiger der Florida Panthers, führt mit plus 56, die Plus-Minus-Statistik, der NHL an, mit nur elf Punkten Vorsprung vor dem zweiplatzierten Dylan DeMello von den Winnipeg Jets. Aber Gustav, also gut, das meine ich mit Tiefe. Die haben auch Spieler dabei. Die sind jetzt gar nicht so, wo man sagt, wenn ich jetzt außerhalb der Florida Panthers-Organisation mal irgendwelche Fans frage, glaube ich, dass ganz viele sagen, Gustav wer? Aber deswegen, ich wollte nur noch mal meine These untermauern. Helmut, wir werden ja sehen. Ja, ja, alles gut. Ich möchte dann noch kurz hinzufügen, weil das passt jetzt zu der, zu der Thematik, dass Florida auch das Team ist mit der besten Tordifferenz. Also die sind plus 68, das heißt, da stimmt halt so der Misch, die Mischung zwischen vorne, treffen sie und hinten. Wir haben auch ein gutes Torwart-Duo. Ja, Bobrovsky gegen Wasilewski wird natürlich auch ein geniales Duell. Läuft bei Florida, würde ich behaupten. Gucken wir mal. Wir gehen weiter in der Atlantic und jetzt lehnen wir uns zurück. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt so Entertainment wird, denn ich habe natürlich als Toronto-Fan dieses letzte Spiel auch mitverfolgt, denn da ging es einerseits gegen den direkten Konkurrenten gegen Florida für Toronto, andererseits war das eigentlich gar nicht so das Thema. Das Thema war das 70. Tor von Matthews, was er leider nicht erzielt hat. Davon jetzt mal abgesehen, dadurch, dass die Panthers gewonnen haben, rücken sie auf eins und Toronto spielt gegen die Boston Bruins. Ja, es gibt schönere Playoff-Paarungen für mich, sage ich jetzt mal. Ich habe es ja bei der, bei unserer ersten gemeinsamen Folge gesagt, dass ich, wahrscheinlich habe ich es da schon beschrien, dass ich es jetzt nicht unbedingt brauche. Was sind eure Gedanken zu dem, zu der Partie oder zu der Playoff-Partie Boston gegen Toronto? Ja, also ich glaube, es kann kein schlechteres Team für die Maple Leafs geben als die Bruins, weil das ist, glaube ich, in den Köpfen schon verankert. Kann man nicht anders sagen. Ich persönlich habe keine Erklärung davon, wie Boston es macht, jedes Jahr so gut dazustehen. Da habe ich wirklich keine Erklärung für, weil wir immer gesagt haben, ja, jetzt so langsam, aber sicher, aber so langsam müssten sie mal schlechter werden. Und dann Bergeron weg. Also langsam müssten sie mal, funktioniert aber irgendwie immer noch. Ja, und jetzt halt gegen die Maple Leafs, die ja tatsächlich mal ihren Erstrundenflug besiegt haben. die auch super, super, vor allem vorne, meiner Meinung nach, super besetzt sind. Aber hier glaube ich tatsächlich, dass das ein bisschen auch Kopfsache wird. Ich ich bin da ein bisschen überfragt, jetzt mir da eine These zusammenzulegen, weil für mich ist Toronto die bessere Mannschaft, aber Boston ist Boston und Toronto ist gegen Boston immer, hat immer versagt, muss man einfach so sehen. Und deswegen kann ich, da möchte ich jetzt dem Marco einfach mal ein bisschen die Worte überlassen, ich kann da nicht so viel zu sagen. Okay, also, ich mach's mal kurz, ich fang jetzt mal ganz andersrum an und ich sage, Toronto gewinnt diese Serie in fünf Spielen. Ähm, weil es wird in meinen Augen, glaube ich, dass Toronto dieses Jahr, ich glaube, es wird diesen Ovechkin-Moment geben. Äh, auch der hat jahrelang die Sidney Crosby und die Pittsburgh Penguins nicht besiegen können und dann ist es passiert und ich habe auch ein bisschen Schiss vor dieser Paarung aus anderen Gründen als ihr, denn Toronto, die ein super starkes Team sind, letztes Jahr in den Erstrunden Fluch besiegt haben, wenn die aus diesem mentalen Ding rausgehen und sagen, hey, wir können Boston ja doch schlagen, dann sehe ich schwarz, wer die Truppe überhaupt aufhalten soll, wenn die einmal ins Rollen gekommen ist, halt so. Bei Toronto ist immer, der Helmut hat es letztens gesagt, er war live da, er hat da auch, wir haben ja auch darüber gesprochen, wie anders das ist im Fernsehen, ähm, als dann wirklich selber im Stadion zu sein, weil für mich mein großes Fragezeichen ist immer noch, die Torhüterposition in Toronto, so gefühlt, also da ist jetzt nicht so ein Duo wie bei den Rangers jetzt am Start, ne, oder, oder wie in Florida oder auch, auch kein Wasilewski bei Tampa Bay, also da, das ist so ein kleines Fragezeichen, vorne, natürlich, ich weiß nicht, ob man stärker besetzt sein kann, das ist schon brutal, ich glaube, Boston hat dieses Jahr in der Regular Season einfach komplett über seinen Verhältnissen gespielt, ich fand die auch nicht so gut, könnte jetzt auch daran liegen, das Auswärtsspiel, die Kings haben da gewonnen beispielsweise, das ist, hat mich nicht überzeugt, was ich von Boston gesehen habe dieses Jahr, auch wenn er natürlich ein David Pasternack, ein unfassbar guter Spieler ist, aber danach, die sind nicht so gefährlich, also, sorry an alle Boston-Fans, davon gibt es ja auch nicht gerade wenig, da werden jetzt bestimmt welche sagen, boah, der Typ hat gar keine Ahnung und ihr habt auch recht, aber das sind einfach so meine Eindrücke als neutraler Zuschauer, ein bisschen das, was Ralf auch sagt, eigentlich guckt man auf die Paarung und denkt so, hä, Toronto ist doch viel stärker, halt so, also wenn ich Toronto-Spiele gesehen habe diese Saison, auch abgesehen von dem Spiel, dass ganz am Anfang der Saison haben die Kings da ein überraschend leichtes Auswärtsspiel gehabt, was sie relativ deutlich gewonnen haben, aber alle anderen Spiele, die ich von Toronto gesehen habe, das ist ein Team, die Gegner auch richtig dominieren, halt so, und ja, die sind, die sind, auf so einen Nylander wird gerne rumgehackt, aber immer wenn ich den sehe, denke ich mir so, scheiße, so einen Spieler brauchst du denn da in einer Truppe, halt, Mitch, Mana, Tavares, Matthews, sorry, also wie gesagt, ich schweife ab, Toronto in fünf Spielen ist mein Tipp, das wird relativ deutlich und Boston, wie letztes Jahr, wird einfach gezeigt, dass Regular Season nicht Playoffs ist. Ja, dann mache ich mal weiter und dann kann sich nach meiner Erklärung so ein bisschen der Reifen Meinung bilden vielleicht, das ist jetzt auch wieder unfair, weil ich hatte ja schon lange gesagt, dass ich, ja, die ich Angst habe vor dieser Paarung, aber ich habe da einfach keinen Bock drauf, trotzdem hatte ich mir auch diesen Tipp, Leafs in fünf, schon mal vorab hingelegt, weil, erst mal alles richtig, was du sagst, Marco, mit dem Playoff-Fluch und so, das hat sich alles jetzt letztes Jahr zum Glück mal gelöst, da war ich ja einfach froh, egal wie die der nächsten Runde dann spielen, es war einfach mal froh, es ist auch eine Geschichte, dass die Spieler das auch mitgenommen haben und jetzt hast du schon Matthews angesprochen mit 107 Punkten, Nieländer, es ist mit 98 Punkten wirklich, wirklich eine heftige Saison, bei Willem Nieländer ist er das Ding, es auch wird immer so ein bisschen, ja, Vertrag und hat eine Lauflänge und kriegt viel Kohle und mach mal was, dem hängt auch noch so ein bisschen diese Phase nach, habe ich so das Gefühl, wo er nach seinem Entry-Level-Contract nicht gleich unterzeichnet hat und sich da ein paar Monate Zeit gelassen hat, das ist das, was so ein bisschen ihm noch nachhängt, er hat es jetzt schon auch die letzten Jahre mit Leistung schon zurückgezahlt, die Spiele, die ich auch live von ihm gesehen habe, ich habe den Eindruck, es waren immer auch enge Spiele, ich denke da vor allem an dieses Spiel gegen New York, was halt ein absolutes Top-Spiel war, das ich gesehen habe und solche Spieler wie Nieländer, wenn der am Puck ist, du brauchst gar nicht auf die Nummer schauen, du weißt von seiner Bewegung, von seiner Ausstrahlung, du weißt, dass es William Nieländer ist, bei Matthews ähnlich, aber bei Nieländer ist mir das noch heftiger aufgefallen, es sind so Spieler, die halt einfach in den entscheidenden Momenten einen Unterschied machen. Wir reden von der Regular Season, das müssen sie jetzt transportieren in die Playoffs und das wird das große Problem sein, ich bin persönlich gar nicht so negativ, dass sie zuerst natürlich jetzt zweimal auswärts starten, wenn man sich da ein Spiel holt, kann man das daheim dann schön nochmal ein bisschen, ja nicht gemütlicher angehen lassen, aber es ist halt einfach, wenn du da ein Spiel klaust von den Zweien in Boston, glaube ich, wird das eine gute Serie für Toronto und noch eine Sache, wir haben die ganzen Spieler, die ganzen Top-Spieler schon angesprochen, Spieler, der mir immer so ein bisschen unterm Radar wegkommt, ist Morgan Riley, der diese Saison auch wirklich herausragend spielt, nicht nur von seinen Punkten als Verteidiger, 58, 72 Spielen, hat da nochmal eine Schippe draufgelegt vom letzten Jahr, war zwar nicht sein stärkstes Jahr punktemäßig, hat vor zwei Jahren nochmal zehn Punkte mehr gemacht, hat auch zehn Spiele mehr gemacht, aber trotzdem, das ist so ein guter, konstanter Spieler, der dieses Spiel in der Ruhe hinten aufbaut, der kommt mir immer ein bisschen zu kurz und deswegen wollte ich den nochmal ein bisschen reinwerfen hier, ich sag Toronto in fünf ist ein sehr, 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 sehr spannender Gäst, würde ich jetzt mal behaupten, aber trotzdem, ich glaube dran, so, Ralf. Ja, dann, wenn wir schon den Fluch beseitigen, dann beseitigen wir den doch bitte in sieben Spielen, vielleicht kriegen wir es ja hin, dass Boston im siebten Spiel 4-1 führt, aber wir wollen es mal nicht übertreiben, ich sag Toronto in sieben und dann würde ich nur wünschen, weil es sieht ja so danach aus, das haben wir gerade, zumindest ich habe es so getippt, sollten die Maple Leafs Fans nun nicht vielleicht We Want Florida brüllen, weil das hat letztes Jahr schon nicht funktioniert. Ja, wie gesagt, wir hatten es ja schon, ich glaube, mir ging es zumindest so letztes Jahr, ich war froh, dass das Thema jetzt zumindest mal durch ist, deswegen alles gut, aber der Osten ist halt brutal. Ich finde den Ansatz von Marco halt cool, den Ovechkin-Effekt, so wenn du jetzt, du bist aus der ersten Runde raus, wenn du jetzt noch Boston schlägst und aus der ersten Runde rauskommst, dann kann das so eine Art Monster sein, was entfesselt wirkt. vor zwei Jahren war Colorado auch, die sind dreimal hintereinander in der zweiten Runde gescheitert, haben dann zu Hause auf dümmlichste Art und Weise Spiel 5 verloren und haben dann Spiel 6 in St. Louis gewonnen mit Tor vier Sekunden vor Schluss oder so und als du dann wusstest, die haben die zweite Runde geschafft, dann waren sie halt auch nicht mehr aufzuhalten, dann haben sie den Cup geholt und das ist glaube ich wirklich so, das kann tatsächlich unfassbare Kräfte freisetzen, wenn sie jetzt die erste Runde haben sie schon mal geschafft, wenn sie die dieses Jahr nochmal schaffen und dabei Boston ausschalten, dann könnte da wirklich ein Stein ins Rollen gebracht werden. Ja, finde ich gut. Ja, dachte ich mir. Hoffentlich kommt es auch so, ja. Ja, damit haben wir den Osten besprochen, wir gehen jetzt in den Westen und da haben wir jetzt, wie schon vorher gesagt, die Situation, dass heute Nacht, heute Donnerstag Nacht noch die letzten Spiele laufen und da können sich noch ein paar Konstellationen ändern. Ich würde sagen, wir sprechen jetzt erst mal über die Partien, die schon feststehen und dann gucken wir noch so ein bisschen auf die anderen zwei Partien, wie sich die so zusammensetzen könnten. Mit welchem Team oder beziehungsweise mit welcher Serie wollt ihr starten Chats gegen Avalanche? Willst du da gleich durchstarten, Ralf, oder heben wir uns das für nachhauchen oder Canucks gegen Predators? Wir können auch mit den Jets starten. Wir sollten vielleicht einmal nur kurz sagen, Kings und Golden Knights spielen beide heute noch. Stand jetzt würden die Stella Stars gegen die LA Kings spielen und die Oilers gegen die Golden Knights. Die Golden Knights haben ein Heimspiel, wenn sie das gewinnen, bleibt es dabei. Wenn sie das auf irgendeine aberwitzige Weise verlieren und die Kings gewinnen ihr Spiel, dann spielen die Kings gegen die Oilers, was wir jetzt auch schon ein paar Mal hatten, und die Golden Knights gegen die Dallas Stars. Aber ich behaupte mal und vielleicht sollten wir so ein bisschen den Fokus auch in die Richtung lenken, ich gehe nicht davon aus, dass Vegas sein Heimspiel zu Hause verliert, außer sie möchten die Oilers aus dem Weg gehen, wobei ich würde lieber gegen die Oilers als gegen die Stars aktuell spielen, das ist ein anderes Thema, aber damit wir so ungefähr einen Fahrplan haben, aber wir können gerne mit den Jets gegen Avalanche starten. Dann machen wir das. Marco, wenn du auf die Partie blickst, bevor Ralf ins Rollen kommt, was sagst du? Ich hoffe, der Ralf ist mir nicht böse, aber vor ein paar Spieltagen gab es die Partie, die sehr, sehr deutlich an die Jets gegangen ist, die sind dieses Jahr unfassbar stark, wir haben vorhin über das Torverhältnis gesprochen, die beste Mannschaft in der NHL, in der Verteidigung sind die Winnipeg Jets, die haben nur 197 Gegentore, also sind die Einzigen, die unter 200 geblieben sind. Conor Hallerback hinten drin hat gezeigt, wie wichtig er tatsächlich ist, wahrscheinlich das Gesicht der Franchise, was da den ganzen Laden zusammenhält von hinten, total unangenehmes Team mit einigen ehemaligen Lieblingsspielern von mir, Gabriel Villadi und Alex Aifalo den Gönnies natürlich, dadurch, dass Colorado dieses Jahr auswärts gefühlt, also ist ja gefühlt, es ist ja trotzdem Platz 3 in der Central Division ist ja jetzt keine Laufgrundschaft, Colorado ist auswärts noch nicht ins Rollen gekommen, Winnipeg ist nicht so heimstark wie Colorado, aber wie gesagt, guten Torwart, Colorado vor der Saison wäre mein Titelfavorit gewesen, ich befürchte das neutrale Herz wünscht sich natürlich auch so viele kanadische Mannschaften wie möglich in der nächsten Runde befürchtet und hofft vielleicht auch ein bisschen, dass es diesmal die Winnipeg Jets machen, ich sehe tatsächlich einen Tacken vorne hier in dieser Partie, wobei allerdings Nathan McKinnon alleine eine Serie entscheiden kann, Makar kann das auch, also unfassbar eng, also hier, ihr hört schon nicht, Eier rum, das wird eine enge Kiste und ganz, ganz eine Nasenspitze Winnipeg. Ja, ich muss ein bisschen Zweckoptimismus zeigen, du hast natürlich recht, Winnipeg Jets haben mit Conor Hellebuck den, meiner Meinung, einzig wahren Vezina Trophy Gewinner, für die, die es nicht wissen, Vezina Trophy geht, an den besten Goalie der Regular Season, das wird er werden, das ist er, haben eine super, super unangenehm zu spielende Truppe, du hast ein paar Namen schon genannt, die haben jetzt gar nicht so die Starspieler, ob es jetzt McDavid, McKinnon oder Kutscherhoff oder wie sie alle heißen, jedes Team hat so, fehlt da so ein bisschen, aber die sind halt unangenehm zu spielen, du hast ja gesagt, 197 Gegentore, wenn du da einmal zurückliegst, dann wird es eng. Die Season Series gegen die Jets, ich glaube, drei Spiele, drei Niederlagen, die Torfältnis müsste irgendwo bei 17 zu 4 liegen, also die haben die komplett abgeschlachtet dieses Jahr. Ja, das zu den Jets, Colorado war eigentlich vollkommen entspannt auf dem Weg zum Home-Eis in der ersten Runde und dann haben sie halt echt richtig rumgegurkt, während die Jets die letzten, ich glaube, sieben Spiele gewonnen haben, sind sie halt an denen vorbei marschiert. Es gab letzte Woche dieses bekannte Spiel, da waren sie noch punktgleich, hätten sie das Heimspiel gewonnen, dann wären sie zwei vor gewesen, hätten sie zwar immer noch die letzten Spiele gewinnen müssen, aber ja, dann stand es am ersten Runde 4-0 für Jets. Konnte ich das Ding auch eigentlich ausmachen, ich habe es trotzdem zu Ende geguckt. Das ist nämlich das große Problem, die Defensive aktuell. Eigentlich hat sich die Defensive nicht groß verändert zum Cup-Gewinn, du hast immer noch mit McCarr und Taves das, eines der besten Top-Dos der Liga, mit Manson, Girard, der jetzt aktuell verletzt ist und was dahinter ist, eigentlich auch alles sehr solide und eigentlich mit das Beste, was man so, also die Core ist definitiv super gut, aber die kriegen es irgendwie nicht gebacken, das ganze Defensivspiel funktioniert aktuell nicht. Dazu hast du mit Georgi Effen Torwart, der eigentlich ganz gut war, aber diese Saison sehr unkonstant ist und bei dem du richtig siehst, wenn der ein Gegentor kriegt, dann fangen die Nerven an zu flattern. Das habe ich in der Form selten und auf dem Niveau glaube ich noch nie gesehen. Danach haben sie nach dem 7-0 in Vegas gespielt, haben sie 3-0 geführt, dann haben sie im letzten Drittel das 3-1 kassiert und du wusstest, jetzt ist das erste gefallen, da fallen noch welche, dann haben sie 4-3 nach Verlängerung verloren. Das ist so richtig, du merkst, wenn der einen reinkriegt, dann flattert der. Du hast keinen beständigen Backup, der eigentliche Backup, der ist vor der Saison hieset, der ist verletzt, der kommt auch nicht mehr wieder. Dann hast du Prospertov von den Wavers geklaamt, der war jetzt auch nicht so gut, hast mit Justus anderen quasi einen gedrafteten, den du selbst entwickelt hast. Der hat 20 und ein paar NHL-Spiele, glaube ich, vielleicht unter 20, über 20, ich müsste lügen, den kannst du nicht in den Playoffs bringen, aber andererseits kannst du auch einen Georgiev nicht in den Playoffs bringen, wenn du denkst, bei einem Gegentor fängt der an zu flattern. Deswegen ist das aktuell eine sehr, sehr kontroverse Sache. Nichtsdestotrotz, hast du schon gesagt, hat man mit McKinnon, Rantanen, McCarr immer noch so viel Klasse, dass man da was reißen könnte, aber es wird schon schwer. Du musst einen Sieg in Winnipeg holen und dann auf die Heimstärke vertrauen. Wenn du beide Spiele in Winnipeg verlierst, dann war es das meiner Meinung nach schon. Nichtsdestotrotz muss ich als Zweckoptimist sagen, Colorado in sieben. Marco, dein Tipp nach Spielen? Vorhin habe ich von der Nasenspitze gesprochen, sieben sehe ich nicht, aber ich sage Winnipeg in sechs. Ich bin jetzt nicht der Experte im Westen, ich habe mir jetzt aber auch mal beide Teams natürlich angeschaut, natürlich bei Colorado steht, es sticht natürlich ein Nathan McKinnon raus mit 138 Punkten oder ein Mick O'Rantanen mit 103. Wie ihr schon gesagt habt, bei den Chats fehlen so diese Spieler, die so rausstechen. Mark Scheife, die Punkt best mit 72. Trotzdem ist es irgendwie, was ich bisher gesehen habe vom Winnipeg, das ist so ein, ja, die passen sehr gut zusammen und wenn man sich so den Kader anschaut, da wird jetzt gleich der Marco ein kleines Lächeln haben, Tyler Tifoli sehr gekommen und auch eine sehr gute Edition noch. Ich gehe da auch mit, mit Chats in sechs. Ja. Und dann das andere, ja, die andere Paarung, Canucks gegen Predators und das ist tatsächlich sehr interessant. Wir hatten ja vor ein paar Tagen einen teaminternen Call, als der Frank gesagt hat, ey, was ist denn da in Vancouver los? Was war vor ein paar Jahren noch ganz, ganz schlecht und jetzt so weit oben? Ich gebe die Frage jetzt einfach mal auch live an euch weiter. Was ist da in Vancouver passiert? Ja, die haben einen super guten Coach, finde ich, den ich als Spieler schon sehr mochte, der einfach seine Truppe gut zusammengestellt hat. Die haben eine unfassbar gute Regular Season gespielt. Ich bin aber, jetzt wie du schon merkst, ich muss noch ein bisschen abstoppen. Ich bin immer noch nicht überzeugt. Also Regular Season sind nicht die Playoffs. Ja. Ich sehe tatsächlich, ich greife hier schon mal vor, ich sage, Nashville ist die, die sind auch so stark gekommen vor so 20, 25 Spielen und waren auch ganz lange, dann hatten, was waren das, 17 Spiele oder so auch, wo die ungeschlagen gewesen sind. Ganz, ganz unangenehm. Jetzt sind sie, kurzer Schluss wieder so ein bisschen, als die Sachlage klar war, dass sie die Playoffs schaffen, haben so ein bisschen nachgelassen. Vancouver hat viele, viele starke Spiele gemacht, merkwürdigerweise nie gegen die Kings. Also immer, wenn ich die wirklich intensiv beobachtet habe, habe ich mir gedacht, hm, wo kommen denn die ganzen Punkte her? Halt so. Also, ja, ich habe natürlich auch, also den Westen verfolge ich halt tatsächlich mehr als den Osten, auch von Vancouver. Vor allen Dingen spielen die gerne mal noch zu Zeiten, wenn ich morgens aufstehe und kann mir noch irgendwie das letzte Drittel angucken, irgendwie lernte ich mich im Bad fertig machen. Ja, ja, 4, 4.30 Uhr und dann sind sie halt gern mal um Viertel vor sieben oder so noch zu Gange und da sieht man schon was. Ja, die waren schon, also entweder liegen die Kings den, haben die nicht gelegt. Ich hatte auch die ganze Zeit gehofft, die Kings werden, also Vancouver holt den Westen und die Kings kommen schön als Wildcard-Team so eben rein und die spielen gegeneinander. Dann hätte ich gesagt, ja, das könnte was werden. ich sehe tatsächlich hier das nicht so einfach für die Pacific Division, dass da der Sieger der Pacific vielleicht in der ersten Runde rausgeht gegen Nashville und ja, deswegen, also klar, Rick Torkett, coole Truppe zusammengestellt, auch junge, aufstrebende Spieler, super Torwart, auch der hält einfach Punkte fest. Ich bin einfach gespannt. Also ich wünsche, da sind wir wieder dabei, also rein als neutraler Fan möchte ich die kanadischen Teams jetzt mal wieder vorne sehen. Es wird Zeit halt so, ne? Ich muss nicht Nashville da vorne haben. Ich habe in Nashville keine Aktien oder so, das ist nicht mein Team. Wenn es nach dem Herz geht, dann lieber die Nucks als die Predators, ohne jetzt den Predator-Fans irgendwie auf den Schlips zu treten. Aber so sehe ich es einfach, weil ich da relativ neutral rangehe. Da schlägt dann einfach das Kanada-Herz höher. Ich befürchte aber, dass es Nashville in sechs Spielen macht. Ja, ich würde da tatsächlich auch ein bisschen ansetzen, dass ich glaube, dass die Regular Season der Canucks ein bisschen, ja, einen falschen Schein, ja, wie sagt man, der Schein trügt, so wollte ich sagen. Sie sind sehr stark, wie du schon sagst, Goalie-Position sehr gut. Die haben mit Quinn Hughes den meiner Meinung nach diesjährigen Norris-Trophy-Gewinner. Norris-Trophy ist quasi, ich merke schon, ich mache so ein bisschen die Trophäen-Runde heute. Norris-Trophy geht an den besten Verteidiger der Regular Season. Da hatte ich eigentlich immer K. immer so die nächsten zehn Jahre an eins gesehen. Aber dieses Jahr muss man ehrlich sagen, Quinn Hughes hat schon eine extrem starke Saison gespielt. Ja, aber mir bleibt auch ein bisschen mehr so der Predators-Run, den sie am Ende hatten, wo sie halt 17 Spiele am Stück gewonnen haben. Das war schon beachtlich. Die waren ja auch weg vom Fenster und haben sich dann so zurückgekämpft. Haben ja auch mit Ryan O'Reilly einen der wichtigeren Spieler in den Playoffs, behaupte ich. Toronto das Jahr, das war nicht so gut. Aber der Mann kann in den Playoffs schon was bewegen. Auch wenn es die letzten Jahre generell nicht so geklappt hat bei ihm, aber da bin ich relativ von überzeugt. Mit Jussi Saros und Superman Roman Josi in der Verteidigung auch eine Norris- würdige Saison hingelegt, mal wieder. Die sind auch schon sehr gut besetzt. Hier kann ich eigentlich auch gar nicht wirklich da kann, das ist eine Serie, da kann wirklich blöd gesagt, das kann immer überall alles passieren, aber hier habe ich wirklich gar keine Ahnung und sage Canucks in sieben. Ja, also wenn man sich jetzt da die ganzen Statistiken anschaut, bei Nashville wenn man auf die Score-Leader schaut, das sind halt alles erfahrene Spieler mit Forsberg, Jussi, Nyquist, O'Reilly haben wir schon gesagt. Bei den Canucks das ist halt einfach irgendwie so ein so ein frisches Team finde ich, das ist so ein, ja, ich glaube auch, dass sie so ein bisschen overperformed haben in der Regular Season, wenn du da mal so drin bist und wenn es da mal läuft, dann glaube ich, da kommt man dann auch schon mal so in so einen Run rein. Trotzdem, ich mache mal so ein bisschen Remix, Marco, ich bin natürlich auch für die kanadischen Teams und schließe mich da an, ich sage auch Vancouver in sieben, weil, wie Marco schon gesagt hat, es sollen einfach jetzt mal mehrere kanadische Teams weiter und länger in den Playoffs sein. Ja, und wie Ralf es schon gesagt hat, so gehen wir jetzt da mal ran, also an die wahrscheinlichsten Partien. Ich weiß nicht, ob wir sie auch tippen sollen, aber wir gehen jetzt mal auf jeden Fall auf die Teams ein und da würde ich jetzt mal mit den Stars gegen die Kings starten. Also wie gesagt, das wahrscheinlichste Szenario, wir gehen jetzt mal kurz einfach so auf das Team auf die Saison ein. Marco, du darfst natürlich als Kings-Fan, dadurch, dass du es ja auch als kritischster von uns wahrscheinlich dieses Team beäugelst, starten. Also ja, wahrscheinlich passiert jetzt A, werden unsere Tipps alle falsch sein und B, jetzt wahrscheinlich auch das hier. Also heute Nacht spielen noch die Golden Knights gegen die Anaheim Ducks und die Kings spielen gegen die Blackhawks. Also rein theoretisch müssten beide Playoff-Mannschaften ihre Heimspiele, die sie nun mal auch noch haben, gewinnen. Und dann sollte das sich nicht verändern und dann wird Dallas gegen Los Angeles spielen und Edmonton gegen Vegas. So, Dallas, ich finde sie sehr, sehr unangenehm. Nichtsdestotrotz, der Ralf hat es vorhin schon gesagt, die Partie Edmonton gegen L.A. hatten wir tatsächlich jetzt auch schon öfters. Ich habe auch ehrlich gesagt, wenn ich schon in der ersten Runde ausscheide, dann nicht zum Dritten mal hintereinander gegen die Eulers. Deswegen, ich kann damit leben, wenn es gegen Dallas geht. Wenn es zu dieser Paarung kommt, die Kings haben alles andere als gut ausgesehen gegen Dallas. Dallas hat komplett von vorne bis hinten dominiert in dieser Paarung. Und ich bin Kings-Fan, ich bin immer noch der Meinung, dass das eine okaye Saison gewesen ist, also relativ in meinen Erwartungen. Diese Unkonstantheit hat mir nicht gefallen bei den Kings, aber welchem Fan gefällt das schon, wenn auf einmal eine große Niederlagenserie drin ist. Da wäre mehr drin gewesen, wenn man die sich hätte vor dem Trainerwechsel hätte kneifen können, dann wäre es vielleicht jetzt auch nicht zu dieser Konstellation gekommen. Ich sage jetzt mal, wenn es Dallas oder Edmonton wird, werden die Kings sich nicht durchsetzen. Habe aber natürlich immer die Hoffnung, diesen Zweckoptimismus, den der Ralf angesprochen hat. Die Kings waren noch nie eine große Regular-Season-Mannschaft, wirklich noch nie. Und sie haben zwei Cups gewonnen und einmal sind sie als Achter und einmal sind sie als Sechster in die Playoffs gegangen. Also, bei den Kings ähnlich, die brauchen jetzt vielleicht nicht den Ovechkin-Effekt, allerdings haben sie auch schon lange überhaupt keine Playoff-Serie mehr gewonnen. Wenn sie so weitermachen, wird es Toronto zwei mit einem Fluch in der ersten Runde und da ist natürlich auch alles möglich mit dem Kader, denn Center-technisch sagt man ja auch in der NHL ist kein Team so besetzt wie die Kings, jetzt vielleicht die Rangers mit dem Wenberg-Trade noch, aber wenn du da alles als Center auflaufen lassen kannst über alle vier Reihen, das ist schon brutal bei den Kings, wenn die ins Rollen kommen und wenn die dann einmal, ich sage mal, den richtigen Streak und Playoffs haben, ist es auch schwer, die Kings vier Spiele hintereinander zu schlagen, aber wie gesagt, ich befürchte, es wird Dallas werden in dieser Serie und dann in einer, wenn wir jetzt tippen sollen, wenn es zu Paarungen Dallas gegen LA kommt, sage ich in sechs Spielen Dallas. Ich würde aber übrigens auch bei Edmonton gegen LA sechs Spiele für Edmonton sagen, also die Kings fliegen da sechs Spielen raus. Ja, ich muss dazu sagen, zu den Kings kann ich tatsächlich nicht so viel sagen, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich das Team meide, weil Marco Fan davon ist, aber ich habe wirklich dieses Jahr sehr, sehr wenig von den Kings gesehen. Zu der Center Tiefe vollkommen richtig, grundsätzlich ja, so richtig überzeugt haben sie jetzt durch die Bank weg nicht, sind dann aber ja, trotzdem souverän in die Playoffs gekommen. Spiele ist theoretisch, wir wissen es ja noch nicht hundertprozentig, aber wir gehen davon aus, gegen die Dallas Stars, die schon einiges erreicht haben dieses Jahr, haben den Westen quasi gewonnen, sind ein komplett komisches Team, finde ich, einerseits sagt man, oh ja, jung, man hat mit Jason Robertson einen richtig coolen, hier, jetzt habe ich den Namen nicht mehr im Kopf, Wyatt Johnson, 20 Jahre, hat einfach mal 23 Hütten gemacht, auch eine richtige Explosion, durchlebt der Mann, also richtig gute Junge und Miro Heiskanen hinten ist ja jetzt auch noch nicht alt, aber auf einem anderen Blatt Papier stehen dann Jamie Benn, Tyler Sagan, mein absoluter Freund, unser aller Freund, wie heißt er? Joe Pawelski, Joe Pawelski, ja, der gefühlt immer trifft, wenn ich, wenn der gegen Cholera spielt, also die haben richtig viel Altherren, aber auch richtig junge, richtig starke Leute, Jake Uttinger im Tor hat jetzt auch nicht die beste Saison hingelegt, hat jetzt wohl in den letzten Spielen ein bisschen sein Groove gefunden, wird eine haarige Sache an, tatsächlich freue ich mich, wenn es jetzt zu dieser Serie kommt, freue ich mich da wirklich drauf, sollte Colorado weiterkommen, ist das der potenzielle Zweitrundengegner, der sich dann da ausspielt, deswegen kann er gerne auch über sieben Spiele gehen, ich glaube, da wird es dann im Endeffekt die Firepower von Dallas irgendwo am Ende reißen, die sind da schon wirklich extrem gut besetzt und dann würde ich halt einfach sagen, Dallas in sieben spielen, wobei ich es persönlich den Kings sehr gönnen würde, auch mal wieder in die zweite Runde zu kommen. Ja, ich finde auch bei den Kings, man merkt da ein Konzept, man sieht da, dass sich da wieder was aufbaut, aber ich glaube, für Dallas reicht es da noch nicht, wenn man sich die Statistiken auch anschaut, die habt ihr ja auch schon gesagt, ich sage sogar, Dallas sogar in sechs, wenn es zu der Konstellation kommt. Wir kommen jetzt zur letzten Konstellation, die vielleicht kommt. Ich muss noch ganz kurz, ganz kurz, ich muss noch ganz kurz sorry Leute, weil ich überhaupt gar nichts über die Spiele, nur nochmal als Kings-Fan, sonst heißt das hinterher, der sagt überhaupt gar nichts zu sein. Also wenn man nur die Kings-Namen, wenn man die durchgeht, Kopita, Kempe, Avizson, Dubois, Daudi hinten drin, Fiala, Byfield, wenn die heiß laufen, man hört das auch immer wieder, also die Kings sind so eine Mannschaft, wo eigentlich auch viele vor denen gesagt haben, gegen die spielen müssen wir nicht unbedingt. Also das hat natürlich Potenzial, dass die auf einmal da sind, das Problem ist einfach, die Regular Season hat mir noch nicht dieses Gefühl gegeben. Jetzt wäre es interessant, jetzt hätten wir den Frank ganz gut gebrauchen können, ich glaube, der verfolgt doch einigermaßen Dallas, auch wenn es nicht ganz sein Team ist, was so ein Dallas-Fan jetzt vielleicht gesagt hätte, ob der sagt, boah ja, geil die Kings, oder ob die sich vielleicht denken, scheiße, warum die halt so, warum jetzt nicht irgendwie etwas leichter auszurechnen. Den habe ich jetzt nicht genannt, aber Philipp Deneau, der mal die Montreal Canadiens ins Stanley Cup-Finale total überraschend geführt hat, da sind schon, also ich erwische mich auch immer dabei, da sind schon Spieler, da vergisst man auch ganz viele, wo man denkt, naja, wenn die alle zur Form kommen, dann ist hart, aber ja, wie gesagt, ich bleibe dabei, Dallas oder Edmonton in sechs gegen die Kings, ja. Sorry, ich musste das nur noch einmal mir auch selbst noch mal Mut zureden. Ja, genau, wir sind ja auch hier zusammen, um uns selbst auch so ein bisschen über unsere eigenen Teams noch mal so, ja, so ein bisschen in Gedanken zu schwelgen, was da kommen könnte. Bei der nächsten Paarung, die wahrscheinlich kommt, Eulers gegen Golden Knights, vor allem das Thema Golden Knights war ja bei euch immer so ein bisschen Diskussion, Ralf, du bist kein großer Fan der Knights. Nee, werde ich wohl in diesem, ich will nicht sagen Leben nicht, aber sagen wir mal in diesem Jahrzehnt nicht mehr. Ich mag es einfach nicht, man könnte, viele könnten jetzt sagen Night, aber ha, Golden Knight, nee. Oh, sehr schön, du bist schon im Bully-Croove, ich sehe schon diese Wortwitze, die kommen, das ist mir leider bei der Aussprache erst klar geworden. Nee, der Abgang von Flurry damals und irgendwie haben die, ich glaube, seit sie bestehen, die Nummer 1, also die Erstrunden-Picks, glaube ich, spielen alle mittlerweile woanders, die bauen halt einfach nicht auf, die zertraden sich immer ihr Team. Viele finden es gut und sagen, ja, der Owner, der will wenigstens gewinnen und der GM, der gibt alles und so und dann hast du halt immer dieses Problem, dass Mark Stone irgendwann im Februar auf Long-Term-Injury-Reserve geht, also quasi Langzeit verletzt, fällt dann nicht mehr in den Cap und dann kommt er immer so eine Woche vor den Playoffs im roten Non-Contact-Trikot zum Eis und sagt, oh, er kann ja doch wieder aufs Eis und dann, oh, zum Erstrunden, zum Spiel 1 ist er dann auf einmal wieder fit. Ja, dann hast du halt eine Menge Leute, die sagen, ja, die NHL muss die Regeln ändern, andererseits gibt es dann wieder die vielen Leute, die sagen, könnt ja jedes Team so machen, aber es ist halt immer die Golden Knights, die es machen und ich mag es halt nicht, ich kann damit nicht viel anfangen mit dem Team, ist ja aber auch nicht so schlimm, haben ja ihren Cup gewonnen, also. Ja, zur Wahrheit gehört ja auch, dass Tampa Bay das ja auch vor ein paar Jahren schon mal ähnlich gemacht hat. Ja, aber jetzt ist es das dritte Jahr in Folge, wo Mark Stone auf Injury-Liste geht und vermutlich das dritte Jahr in Folge, wo er dann in den Playoffs spielt. Ich bezweifle nicht oder ich prangere nicht an, dass er nicht wirklich verletzt ist, aber das ist schon, das ist schon sehr, sehr auffällig. Die letzte Spiele haben 20. Februar im Übrigen gemacht. Ja, und jetzt wird er vielleicht zu Spiel 1 kommen und dann holen sie sich halt einen Noah Hennepin, das ist natürlich ein riesen Puzzlestück hinten drin. Thomas Schürtel, wo San Jose auch noch für gefühlt 100 Jahre den Cap zur Hälfte übernimmt, wo ich mir auch denke, warum macht ihr das? Weil San Jose hat, ich glaube, man darf drei verschiedene Caps von weggetradeten Spielern darf man mitnehmen, also darf man sagen, da bezahlen wir irgendwie was weiter und den Spot haben sie jetzt, die drei Spots haben sie jetzt quasi weg und die sind ja sowas von am Anfang oder mitten im Rebuild. Also den Trade hätte sie so nie machen dürfen und das spielt natürlich Vegas voll in den Karten, jetzt haben sie halt auch noch Thomas Schürtel da vorne drin, Jack Eichel, wie sie alle heißen, Margesow und Carlson hinten drin, Betrangelo und Martinez und also es ist halt mit Stars gespicktes Team, außer auf der Goalie-Position, aber da haben sie ja letztes Jahr gezeigt, dass auch ein Aiden Hill ein Stanley Cup gewinnen kann, also kann das auch dieses Jahr wieder. Auf der anderen Seite haben wir die Eulers, die zu Beginn der Saison alle gedacht haben, die werden die Playoffs komplett verpassen und dann haben sie einfach gesagt, nee komm, schmeiß den Trainer raus und dann abgeht die Post. Conor McDavid war weit, weit weg, der war das erste Mal, dass der irgendwo im Mittelfeld der Punkte lag, ja schwuppdiwupp ist er jetzt an Stelle drei hinter Kutscherhoff und McKinn und drei Sättel müsste dann sieben sein, also die beiden funktionieren auch wie immer, ja muss man schauen, wie ich glaube, wenn es Hörer gibt, die auch die Hockey-Marshals durchgängig geguckt haben, die wüssten jetzt wahrscheinlich, was jetzt an Phrasen und Sätzen kommt zu den Eulers von wegen ist die Defense stark genug, ist die Tiefe im Kader stark genug, die Goalie-Position ist sie stark genug, das haben wir nämlich die letzten fünf oder sechs Jahre immer gesagt. Immer die gleichen Themen bei den Eulers. Dieses Jahr wirkt es so, als wären sie da wesentlich ausgeglichener, das zeigt halt, dass sie so unfassbar schlecht gestartet sind und dann doch jetzt echt gut rausgekommen sind. Also der Rekord seit dem schlechten Start, der ist schon erstaunlich gut, sind schon sehr gefestigt, behaupte ich, Zach Heiman, ich glaube, der hat die kleinste Quadratmeterzahl an Fläche, die man braucht, um so viele Tore zu machen. Der steht ja einfach immer nur vor dem Tor, aber der macht so seine Hütten. Tatsächlich habe ich gesagt, ich möchte unbedingt Eulers gegen Golden Knights haben, damit die sich gegenseitig irgendwie kaputt machen, auf gut Deutsch. Jetzt noch nicht mal böse gemeint, weil ich mag, klar, drei Seiten, ein kanadisches Team, drei Seiten, wird man immer gerne im Finale sehen, aber ja, ich finde es, die könnten sich halt einfach bis in sieben Spielen richtig auf die Mappe geben, da hätte ich Spaß dran. Ja, also, wie soll ich jetzt anfangen? die Golden Knights, Ralf hat das schon so gut abgerissen, die haben halt einiges dafür getan, dass man sie nicht so sympathisch findet und am Anfang war ich total hyped, als die gekommen sind, weil ich immer so Underdog-Stories so gut finde, aber die sind mir von so einem Underdog irgendwie innerhalb von anderthalb Jahren sind die zu so einem Giganten geworden, und das mag ich dann andersrum wieder nicht, weil dann dachte ich so, oh nee, jetzt fehlt mir so ein bisschen die Cinderella-Story, also die erste Saison fand ich noch voll super, aber dann ab der zweiten Saison wurden die irgendwie unsympathisch, irgendwie durch den Erfolg, so verrückt, wie sie sich das anhört und dann aber auch natürlich durch ein paar, ich sag mal, Off-Eyes-Entscheidungen, die sie getroffen haben, wie sie mit Spielern umgegangen sind. Ich glaube, dass Vegas, genauso wie teilweise auch Florida und Tampa, schon einen fiesen Vorteil haben, durch andere Besteuerungssysteme als in den anderen, also die sind einfach, in den USA gibt es halt unterschiedliche Besteuerungen und ob du acht Millionen in Standort XY verdienst oder acht Millionen in Florida schrägstrich Vegas, das ist ein Unterschied und dann kriegst du halt auch, dann hast du keine Probleme, die Spieler dahin zu bekommen. Frag mal die Winnipeg Jets, wie schön es ist, einen Free Agent nach Winnipeg zu bekommen, mit der Aussicht, dir das ganze Jahr den Arsch abzufrieren. Da sitzt er noch schön in der Sonne, Steuerparadies. Also es ist, klar, auf eine Sportart, die über den gesamten Kontinent betrieben wird, ist natürlich, ist, ja, ist natürlich schön und gut, dass es da unterschiedliche Klimazonen gibt und Unterschiede, überhaupt, Diversität ist immer gut, aber diese Teams haben nun mal einen Vorteil und, ja, lange Rede, kurzer Sinn, kommt es zur Partie Edmonton gegen Vegas, drücke ich sowas von feste, denn Edmonton Eulers die Daumen. Ich bleibe einfach bei meinem Tipp, der Einfachheitshalber, egal wie die Partien lauten, ich bleibe dabei, Edmonton in sechs, egal ob es die Kings sind oder die Knights und Dallas in sechs, egal ob es die Kings sind oder die Knights, denn, ähm, ich glaube, dass Vegas, ähm, dass Vegas zwar seine Tricks hereinprobiert, aber dass das nicht jedes Jahr gut geht und dass auch Aiden Hill, ähm, nicht nochmal die Playoffs spielt, wie er letztes Jahr gespielt hat. und diesmal ist es auch kein Jonathan Quick, den man noch als erfahrenen Mann da hinten dran hat, ne, geht jetzt was schief, äh, das ist das erste Jahr, wo Vegas, ähm, ich sag mal, mit zwei relativ durchschnittlichen Goalies in die Playoffs geht, auch wenn der, wie gesagt, nicht, dass ihr mich falsch versteht, die bringen schon super gute Leistungen und letztes Jahr Aiden Hill, das soll nicht geschmälert werden, aber ich sehe, denen das nicht nochmal machen. Ja. Und ich möchte die kanadischen Mannschaften, ne, also nochmal. Ja, ja, das Problem habe ich jetzt auch gerade, weil eigentlich so an sich würde ich auch sagen, Edmonton rein, weil ich halt kanadische Teams weiter haben will, jetzt war ich vor eineinhalb Jahren in Vegas selbst und habe gemerkt, wie in dieser Stadt die Euphorie einfach für die, für die Golden Knights, aber da waren die ja noch nicht Stanley Cup-Sieger, das ist einfach unfassbar, du hast in dieser gesamten Stadt überall diese Logos gesehen, wenn man jetzt vielleicht mal denkt, okay, Eishockey kommt da an, doch, das ist da extrem angekommen, wir hatten damals ein Hotel gegenüber der Arena von Vegas, das ist für mich jetzt gerade schwierig, irgendwie, ich habe so ein Gefühl, dass Vegas das macht in sieben, ich kann so nicht sagen, warum, ist es ein bisschen Sympathiesache, weil ich eben da war, aber ich habe so irgendwie, keine Ahnung, habe ich so das Gefühl, dass Vegas das irgendwie hinschaukelt. Ja. Das kann gut sein, ne, das ist, ja, so ist das immer, ne, ich verstehe dich, so ging es mir mit den Coyotes halt, ne, das war immer so ein, auch so eine graue Maus für mich, dann einmal da gewesen und dann denkt man sich, ach, ist doch irgendwie cool. ähm, zu den Coyotes kann ich tatsächlich jetzt gerade, also wenn wir die, wenn die Folge released wird, ist die News alt, aber für uns während der Aufnahme ist sie neu, es wurde, ich habe es gerade gelesen, approved, also die werden definitiv nach Utah gehen. Ja, siehst du mal, Breaking News hier im, Breaking News, in der Episode, ja. Ja, das ist für die Hörer natürlich dann nicht mehr Breaking, aber es sind immerhin doch trotzdem News. Genau. Ja, Wahnsinn. Ja, wir haben eigentlich gesagt, wir wollen uns kurz fassen, gell? Ist doch kurz. Ist doch. Grandios. Acht Serien besprochen, also. Ja, klar, eineinhalb Stunden haben wir jetzt trotzdem schon fast, schon fast geschafft. Generell, letzte Frage an euch beide, auf was genau, ich meine, das sind jetzt nicht die ersten Playoffs, die ihr anschaut, auf was genau freut ihr euch am meisten bei den Playoffs? Ja, also, das ist meine absolute Lieblingssportart und wir gehen jetzt in die absolute Crunch Time, also ab jetzt ist, ab jetzt zählt's und ich habe ja gerade gesagt, ich bin Fan von Cinderella Stories, vor ein paar Jahren hatten wir die St. Louis Blues, die da so eben reingerutscht sind und dann den Cup gewonnen haben, die, ich glaube, zum Jahreswechsel noch irgendwie letzter oder vorletzter gewesen sind und genau das ist, sind die Geschichten, auf die ich großen Bock habe. Ich finde es, so unfassbar, jedes Jahr aufs Neue, ich bin jetzt, war jetzt auch 30 Jahre NHL-Fan und jedes Jahr wundere ich mich selber darüber, wie eng diese Liga ist, dass du wirklich nicht sagen kannst, okay, das wird jetzt, also bei jedem Tipp, den wir abgegeben haben, ihr werdet es merken, also bei euch selber, nicht bei mir, aber im Bauch, jedes Mal spricht ein Ergebnis aus und denkt sich, bist du dir sicher? Willst du da wirklich so sagen? Es kommt anders, Marco, es kommt anders, es wird mit Sicherheit nicht so sein und das finde ich so krass, ne, also es gibt so andere Sportarten, da gibt es Serienmeister, auch wenn da manche Serie reist aktuell, aber das haben wir in NHL zum Glück nicht so, es ist jetzt, jetzt haben wir mit Vegas den aktuellen Stanley Cup-Sieger und es ist alles andere als klar, dass die das nochmal machen, obwohl der Kern der Mannschaft ja immer noch derselbe ist und sogar noch verstärkt worden ist und darauf freue ich mich, einfach großer Sport, ich hoffe natürlich, dass mein Team entgegen meiner Tipps weit kommt, auf viele schlaflose Nächte, aber ich freue mich einfach auf große Emotionen, großen Sport und ja, es ist einfach die beste Zeit im Jahr. Ja, kann ich so bestätigen, freue ich mich auch drauf, das ist, also, wenn man, wenn man ein NHL-Spiel so guckt, ist schon das Niveau ja sehr hoch, aber es ist halt ein NHL-Spiel und Playoffs ist eigentlich das Ganze nur Intensität nochmal um 5 nach oben oder um 10 nach oben, das ist, sobald der Puck am Eis ist in den Playoffs, ist da so eine Intensität drin, also klar, es ist in der DEL etc. nicht anders, aber da ist so viel Feuer drin und da freue ich mich einfach drauf, diese engen Spiele, wie du sagst, dieser potenzielle Achter, der den Ersten rauswirft, also in dem Fall ist es ja nicht mehr Erster gegen Achter, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, der Underdog, den Division-Sieger, da freue ich mich drauf, Marc schon sagte, die Nächte nachts schauen, ich bin, habe gesagt, zweckoptimist, ich hoffe, es werden einige, ich befürchte, es werden nicht so viele dieses Jahr, aber da freue ich mich drauf, dann, wenn man nachts aufsteht und sagt, oh, Playoffs, dann wird man wach, dann würde ich ja im Traum nicht nachts auf, als Beispiel um 3 Uhr, ich würde ja im Traum nachts auf um 3 Uhr aufstehen und sagen, ey geil, ich hätte Bock jetzt aufzustehen, aber wenn Playoffs sind, dann brauche ich auch gar nicht drüber nachdenken, dann bin ich wach und weiß, oh, ab dafür, ab zum Fernsehen, dann brauche ich auch gar nicht sagen, ach komm, ich drehe mich um, da könnte ich eh nicht schlafen, da bin ich so heiß und da freue ich mich drauf, das ist halt eine eigene Jahreszeit. Ja, ich freue mich auch drauf, weil wir haben alle, jetzt wie wir hier sind, auch große Stanley Cup Momente gehabt, bei mir war es eben letztes Jahr, als John Tavares in Spiel 6 war es, glaube ich, gegen Tampa Bay, dieses Tor macht und ich erst mal gar nicht gecheckt habe, dass es jetzt wirklich bedeutet, dass Toronto weiter ist und das sind, wie ihr schon gesagt habt, absolut diese Emotionen, die dieser Sport halt hervorruft, obwohl er ja so weit weg ist von uns, wir sehen es ja nur jetzt gerade am Fernsehen, das ist einfach was Besonderes und da sind natürlich auch unsere HörerInnen eingeladen, schaut euch gerne NHL-Spiele an, auch wenn ihr jetzt von den Teams noch nicht so die Ahnung habt, schaut euch das an, es ist einfach, es ist der beste Sport, der beste Eishockeysport, den es gibt und da können wir nur zu einladen. Das ist sehr schön gesagt, die DEL ist auch sehr schön, auch wunderbarer Sport, wirklich qualitativ mittlerweile, ich bin, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, nicht mehr so da drin, aber was ich so sehe, ist das sehr groß, aber NHL ist dann doch einfach nochmal eine Schippe drauf und jetzt gerade zu den Playoffs, ich weiß, Sonntag gibt es ein frühes Spiel oder zwei frühe Spiele, ich müsste lügen, wenn ich wüsste, ob Randi überträgt, also im Free-TV, wenn was im Free-TV läuft, gönnt euch das wirklich einfach mal, Sonntagabend einfach mal so ein Spiel gucken, kann nicht schaden, sagen wir es mal so. Absolut, also ich habe gerade mal geguckt, also die, am Sonntag hast du gesagt, das wären sogar zwei, also das sind alles gute Partien, aber es wären die Partien Florida gegen Tampa und Rangers gegen Capitals, 18.30 und 21 Uhr, also zu unserer Uhrzeit wirklich sehr gut am Zuschauen. Ja. Da kommt man gut rein. Genau. So, eineinhalb Stunden haben wir jetzt fast geschafft. Ich sage danke an euch und liebe Hörerinnen, wenn ihr Meinungen zur NHL habt, lasst sie uns gerne zukommen. Fünfstände Bewertung auf den gängigen Podcastportalen, wird das gesamte Bulli-Team freuen und jetzt können wir eigentlich nicht mehr sagen, als lass es endlich beginnen, die Playoffs. Let's go. bis zum bis zum Tony bis zum – bis zum –